Bei einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Frankenberg in Richtung Rödenau ist am Dienstagmorgen eine 67-jährige Frau in ihrem VW eingeklemmt worden. Das Auto war mit einem Linienbus zusammengestoßen, der auf dem Weg nach Allendorf-Eder war. Der VW war laut Polizei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Da in Frankenberg kein Notarzt verfügbar war, wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Die verletzte Fahrerin aus dem oberen Edertal konnte nach 35 Minuten von der Frankenberger Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie ins Kreiskrankenhaus. Die zehn Fahrgäste in dem Linienbus blieben unverletzt. Die Straße war etwa eine Stunde lang gesperrt.